Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas-Aktien-Check der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 19. September 2022, 9.34 Uhr. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wieder, nicht die der Societe General. Wir schauen heute auf zwei Vertreter aus dem Chip-Sektor. Das Marktumfeld bleibt ja höchst angespannt und da stehen natürlich Aktien aus diesem Sektor, der klassisch ein hohes Beta aufweist, enorm unter Druck. Zwei der bekanntesten Vertreter sind sicherlich AMD und Nvidia und auf die Charts dieser beiden Unternehmen wollen wir schauen, mittel- bis langfristig wie auch kurzfristig. Bei AMD kann man festhalten, dass die Aktie sich wie Nvidia auch in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat. Vervielfachung steht hier zu Buche. Seit dem Tiefs hier im Jahr 2018 kommen wir von Kursen von 10 Dollar und in der Spitze ging es im November 2021 sogar über die Marke von 160 Dollar. Seither bestimmt eine Korrektur das Kursgeschehen. Dabei haben die Bullen einen Stabilisierungsversuch, einen ersten Stabilisierungsversuch knapp unter der Marke von 100 Dollar nicht genutzt. Also hier bestand die erste auch mittelfristig gute Chance, den Trend wieder aufzunehmen. Das ist nach einem zweifachen Test im ersten Quartal 2022 fehlgeschlagen. Wir sind dann im April durchgebrochen, haben dann in dieser Situation durchaus noch mal eine ansprechende Erholung gesehen und sind jetzt wiederum ein zweites Mal angekommen in einem weiteren Unterstützungsbereich, der vergleichbar ist mit der Marke von 99,23 Dollar bei 73,85 Dollar. Der Unterschied ist jetzt in dieser Situation, dass weitere Verluste hier schon noch mal extremere Auswirkungen hätten auf das mittel- bis langfristige Bild, denn bis dato kann man festhalten, dass die Korrektur intakt ist, dass aber die Aktie es geschafft hat, sich über dem EMA 200 Woche zu halten. Wir haben hier drei Wochen in Folge die Bestätigung gesehen und sind jetzt in der letzten Woche wieder dort angekommen. Sollte also die Aktie diesen langfristig wichtigen Durchschnitt nach unten aufbrechen, was dann ein Bruch der Marke von 73,85 Dollar auf Wochenbasis gleich käme, dann wäre ein weiteres mittelfristiges Verkaufssignal ausgelöst und den nächsten Support sehe ich hier im übergeordneten Chart dann erst bei Kursen knapp unter 60 Dollar. Also das wäre hier das bärische Szenario übergeordnet. Insofern kann man schon mal festhalten, übergeordnet eine Situation vergleichbar oder ähnlich der im April. Allerdings mit dem Zusatz, dass hier ein weiterer Bruch noch mal meiner Ansicht nach langfristig größere Auswirkungen hätte. Jetzt kann man den Spieß allerdings auch umdrehen für die Antizykliker. Diese Aktie hat sich ja immer wieder auch jetzt in diesem Abwärtstrend erholt. Wir haben hier die Erholung gesehen von 33 Prozent, hier 25 Prozent, hier in dieser Phase sogar dann noch mal 40 Prozent. Also ist das auch für Kontratrader interessant. Wie immer bei solchen antizyklischen Geschichten, wir notieren jetzt mit Schlusskurs Freitag bei 76,51 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 73,85 Dollar. Also man hat hier mit engen Stopps die Möglichkeit auf eine Erholung zu setzen, wenn man möchte, muss aber natürlich dann sofort raus aus den beschriebenen Gründen, wenn diese Unterstützung bricht. Also übergeordnet gibt es jetzt Chancen für Antizykliker auf eine Erholung zu setzen, Punkt A, aber auch für Prozykliker einen weiteren Bruch der Marke dann noch mal mit entsprechenden Verkaufssignalen Short zu nehmen in Richtung 60 Dollar. Wir schauen uns das Ganze noch mal detaillierter an im Tageschart. Hier sehen wir im Übrigen innerhalb der Abwärtsbewegung ja schon fast lehrbuchmäßige bärische Muster. Es gab hier einen bärischen Keil, der dann aufgelöst wurde. Es gab hier noch mal eine bärische Flagge, die zur Unterseite aufgelöst wurde. Also die Aktie lief hier sehr sauber und drehte dann wirklich auch ohne Unterschießen oder ähnlichem, sondern wirklich auch sauber hier nach oben. Das Interessante ist jetzt, wenn man sich diese Bewegung anschaut, ist diese eigentlich klar fünfteilig und könnte man diese sogar als einen Impuls sehen. Wer jetzt ein bisschen Elliott wellenaffin ist, der weiß, ein Impuls als Welle 1, da darf das Ausgangstief nicht mehr unterschritten werden. In Verbindung mit der klassischen Charttechnik wissen wir also, es kann hier keine Welle 1 sein, wenn wir jetzt in dieser Woche sofort, vielleicht sogar schon heute, unter das Ausgangsniveau bei 72,69 Dollar krachen. Also wer hier ein entsprechendes Bild im Hinterkopf hat, der muss wissen, dass es ganz klar definiert per Elliott Wellen, das Ausgangstief darf hier nicht mehr geschnitten werden, nicht mehr erreicht werden. Grober Hinweis, dass das wohl der Fall sein könnte, dass wir das schneiden, haben wir ja schon gesehen, indem die Aktion des 61,8er gefallen ist, dieser Aufwärtsbewegung. Also das Kursmuster von diesem Tief aus sah gar nicht so schlecht aus. Hätte ich persönlich jetzt nicht erwartet, dass es erstmal so dynamisch aufwärts geht und dann auch gleich wieder so dynamisch den Abverkauf wir sehen. Unterstützungszone also zwischen 73,90 und 72,50, wenn man es nochmal detailliert im Tageschart anschaut, das Tief, Ausgangstief bei 72,69. Solange das hält, bestehen also kleine Chancen einer Erholung. Es wird jetzt schon viel darauf ankommen, wie wir heute die Eröffnung sehen werden und wie dann die Reaktion sein wird. Solange wir hier, also diesen grünen Balken halten sie kleinere Erholungen denkbar, auch nochmal mit einem, zwei Tiefs. Interessant, das Gap, was hier entstanden ist in der Vorwoche zwischen 81,47, 83,46. Das wäre also ein kurzfristiges Ziel, ein kurzfristiger Zielbereich, wenn man auf Rebound gehen möchte. Und anders ausgedrückt, wenn die Aktie noch etwas höher läuft, wäre wiederum diese obere Marke, das zwischenhoch bei 85,68 schon wieder eine Short-Marke. Also man kann jetzt hier wie folgt vorgehen, wer Short schon länger laufen hat, kann durchaus auch mal nachdenken, jetzt hier nach diesem 30% Kurssturz etwas Geld rauszunehmen. Wer Long was machen möchte, braucht natürlich enge Absicherungen. Hier gibt es auch noch keine überzeugenden Signale. Im Gegenteil, die Vorwochenkerze war sehr bärisch. Das Einzige ist jetzt, dass man sagen kann, hier haben doch die letzten drei Tageskerzen gezeigt, dass von Tief aus, vom Tagestief aus immer wieder Erkäufe reinkamen. Das wäre also die antizyklische Variante hier Long zu gehen. Und dann eine dritte Variante wäre wiederum hier die Erholung wiederum antizyklisch zu Shorten, dass man sagt, okay, die Aktie ist jetzt vielleicht kurzfristig überverkauft. Ich gehe hier nach einer Erholung erst wieder Short rein und merke mir hier den Gap Close vor, vielleicht auch einen Test der 85,68. Also man sieht ganz gut, was man aus diesem Chart jetzt machen kann. Die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen, aber es ist jetzt ein wichtiges Niveau erreicht und wir werden sehen, auch bei der Nvidia Aktie gilt entsprechendes. Zweite Errivate, wenn Sie etwas handeln möchten, auf die Aktie von AMD mit der WKN SN14NZ, ein Turbo Endless Call. Hier haben wir den Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 50,93 Dollar, der Hebel bei 3. Also da muss man sagen, liegt sogar der K.O. aktuell unter dem mittelfristigen nächsten Ziel, was ich sehen würde. Dennoch macht es natürlich wenig Sinn, wenn hier Verkaufssignale ausgelöst werden. Den scheinen dann auch wirklich so weit bis nach unten durchzuhalten. AMD Short Derivat mit der WKN SN9ALW, ein Turbo Endless Put. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 101,066 Dollar, Hebel bei knapp 3. Hier ist wiederum das Interessante, wenn Sie sich das gemerkt haben, der ehemalige Unterstützungsbereich knapp unter 100 Dollar ist natürlich jetzt ein Widerstandsbereich. Insofern ist auch hier der Knockout strategisch ganz interessant. Aber auch hier wird man als Kurzfrist-Trader natürlich jetzt nicht abwarten, dass die Aktie durch die Decke geht, sondern würde dann, wenn Sie hier nochmal höher marschiert, wahrscheinlich sich hier in diesem Bereich schwarz ausstoppen lassen. Wir kommen zu den Trading-Aktionen im Monat September. Vielleicht noch vorrangig der Hinweis, das sind natürlich zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Weitere Derivate finden Sie auf der Website www.sg-zertifikate.de. Die Trading-Aktionen im Monat September. Da läuft natürlich wenig überraschend die Aktion und der kommt direkt weiter. Bis Ende September haben Sie noch die Chance, ab einem Order-Volumen von 1000 Euro Derivate, Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Société Générale gebührenfrei zu handeln. Also nutzen Sie diese Chance, denn man kann dadurch doch gut Gebühren sparen und letztendlich dann die Profitabilität auch verbessern. Weitere Aktionen, die laufen mit dem S-Broker. Hier läuft die Aktion noch bis Ende Oktober. Auch hier gilt das Mindesthandelsvolumen von 1000 Euro. Und dann haben wir noch Aktionen, die das gesamte Jahr überlaufen. Die bekannten Aktionen mit Consorsbank bis Ende des Jahres ebenfalls Mindesthandelsvolumen 1000 Euro. Und bei Just Trade das interessante Mindesthandelsvolumen nur 500 Euro. Also ab einem Ordervolumen von 500 Euro handelt sie als Just Trade Kunde. Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen gebührenfrei. Zweite Aktie für heute. Passt wunderbar dazu. Das ist Nvidia. Hier haben wir ebenfalls ein Support erreicht. Allerdings wirkt diese Aktie übergeordnet schon angeschlagen. Da merken Sie sich mal hier das Juli-Tief bei AMD, das noch hält. Und jetzt das übergeordnete Bild bei Nvidia. Und da sehen Sie schon das Juli-Tief bzw. das Juli-Tief hier Ende Juni ist unterschritten worden. Also in der Vorwoche hier eine Entwicklung, die alles andere als schön daherkommt. Wir haben hier im Big Picture auch mehrere Chancen gehabt, die Rallye wieder aufzunehmen. Vorrangig galt das hier bei 209 Dollar. Da waren die Ansätze ganz ordentlich. Wir sind aber letztendlich durchgerutscht. Dann zweite Möglichkeit bestand dann hier im Bereich 145 Dollar. Da gab es dann auch eine ausgeprägte Erholung. Darf man nicht vergessen. Aktie hat sich ja um über 30 Prozent dann nochmal erholt. Ist jetzt aber unter diesem Bereich durchgefallen. Und der Unterschied zu AMD sieht wie folgt aus. Die AMD-Aktie notiert sowohl noch über dem Jahrestief als auch über dem EMA 200 Woche. Und bei Nvidia ist das nicht der Fall. Hier sind wir schon im August durchgerutscht und haben es jetzt in den letzten zwei Wochen nicht geschafft, wieder darüber anzusteigen. Also Widerstandszone im Big Picture 143,92 bis 147,27. Und wenn es jetzt weitere Tiefs gäbe, mittelfristige Unterstützung 117 Dollar. Sollten wir auch da durchrauschen, ähnlich wie hier oben, dann kann man sogar sich vorstellen, dass wir in dem Bereich der Ausbruchslevels aus dem Jahr 2020, 2018 wieder aufschlagen. Das wären dann Kurse zwischen 79 und 73 Dollar roundabout. Also im direkten Vergleich mit der AMD-Aktie schwächer. Es gibt aber dennoch auch hier die Möglichkeit eines Rebounds und die lässt sich einzeichnen im Tagesschart durch eine innere Trendlinie. Man sieht hier, dass man die Tiefs aus dem Mai und Ende Juni bzw. Anfang Juli hier verbinden kann zu einer Trendlinie. Und wir interessanterweise dort am Donnerstag, Freitag eine Stabilisierung gesehen haben. Die Freitagskerze in Verbindung mit der Donnerstagskerze sieht sogar recht gut aus. Was das jetzt wert ist, muss man natürlich heute erstmal sehen. Die Vorbörse ist ja in den USA schon wieder schwach. Also da darf natürlich dann jetzt das Freitagstief nicht unterschritten werden. Aber für Rebound Trader ganz interessant. Halten wir das in den kommenden Tagen, wäre hier beispielsweise eine Erholung ähnlich wie bei AMD denkbar. Ein vergleichbares Gap haben wir hier bei 141,98 Dollar zunächst. Ein kleineres und dann ein größeres auch nochmal zwischen 145,47 und 149,59. Das wären also dann potenzielle Erholungsziele. Und wenn wir es wirklich überhaupt bis dorthin schaffen sollten, dann wieder auch Short-Möglichkeiten, um hier nach einer Erholung den Haupttrend wieder abwärts zu spielen. Auf der Unterseite neben dieser Trendlinie eine horizontale bei 129,48 habe ich mal hier eingezeichnet. Das sind einige Auflagepunkte aus dem November 2020, Dezember 2020 bis hinein Januar 2021. Da geht es jetzt vielleicht nicht auf den Cent genau, aber man sieht das hier auch jetzt auf Schlusskursbasis das bislang gehalten hat. Und wenn wir das Freitagstief unterschreiten, 126,17 Dollar, dann wird es natürlich zunehmend wieder schwieriger, auch kurzfristig. Dann könnten wir schnell in Richtung 117,0515,67 fallen. Das wäre also das bärische Szenario. Wir fallen hier direkt weiter. Und das dritte, was ich hier einzahlen möchte, ist für diejenigen, die sagen, nie Long mache ich in dem Markt nichts, erst nach Erholungen wieder Short. Das wäre dann so, da könnte man hier oben beispielsweise, wenn der Chart bereinigt ist, wenn der EMA50 hier dann ankommt, nach einigen Tagen sich wieder auf der Short-Seite positionieren. Also, vergleichbare Situation mit AMD. Im direkten Vergleich allerdings diese Aktie schwächer. Also im Big Picture schon einige wichtige Supports ausgelöst. Kurzfristig aber hätten beide Aktien Erholungspotenzial. Ob das dann wahrgenommen wird, müssen wir erstmal sehen. Zwei Derivate auf die Aktie von Nvidia noch zum Abschluss. Mit der WKN SQ0KUK. Ein Turbo Endless Call. Hier haben wir den Basispreis entsprechend der K.O.-Schwelle bei 87,41 Dollar. Hebel bei gut 3. Und dann noch abschließend das Short-Pondo, was natürlich in dem Markt immer interessanter ist. Beispiel auch, wenn man die Aktie trotzdem langfristig halten möchte und jetzt den Abschwung ein bisschen abfedern möchte. SN8RFQ. Ein Turbo Endless Put. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 173,46 Dollar. Hebel 2,9 Dollar. Bleibt mir noch, Ihnen an dieser Stelle natürlich einen guten Wochenstart zu wünschen. Wie Sie sich auch entscheiden, Long oder Short. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und DSG würde sich natürlich sehr freuen, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren. Nutzen Sie also das unten rechts eingeblendete Symbol. Und dann verpassen Sie unter anderem auch dieses Format nicht mehr. An dieser Stelle geht es weiter mit dem Aktien-Check dann wieder kommenden Montag. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.